Wie behebt man die Unreinheit an Kleidung, wenn jetzt zum Beispiel Unreinheit auf der Kleidung ist? Reicht das, dass man ein paar Spritzer Wasser macht oder muss man diesen ganzen Vorgang intensiv machen? Nein, der Prophet hat uns das gesagt. Wer zum Beispiel etwas an Urin auf der Kleidung hat, so macht er ein paar Spritzer Wasser drauf und das war's.